als klar los geht's ok Auftrag geschafft gut willst Pipi machen gehen mhm dann geh mal kacke huuuu ja ok so hab nur Wurst gelegt komm jetzt jetzt kann's schwer werden ab Moment Moment kann man jetzt die Waffen ne kann man nicht Moment ich hab aber eine neue Waffe Inventar ja könnte ich eigentlich auch mal wechseln solange die fallen lassen äh ich hab keine andere Waffe ich hab keine Waffe du bist jetzt zum Japsen oder was das ist eigentlich mein Schwert ich bin doch die Alte mit den Schwertern kauf dir selber hä warte will ich auch haben weg wo wo kostet nur 2500 ok ich glaub dafür musst du noch ein bisschen sparen nein nein ich hab die 7000 ich hab noch 6800 ok aber das Ding werde ich mir ein bisschen auf Seite tun weil ich werde das dann ordentlich pimpen alles klar kaufen wir uns das mal sollen wir noch so ok keine Ahnung welche Mission machen wir jetzt eigentlich die ist jetzt schwer richtig schwer dämonische Wissenschaft oder was ja ok kein Problem noch gar nicht hier glaub ich ähm ok wir müssen wieder in die andere Richtung warte ich muss die Karre drehen hallo Zombie ich hab Zombie gekrefft ja kommst du ja ich muss Zombie gekreffen komm ich bin doch schon dabei und wieder den ganzen hä ich hab keine Wegmarkierung hier ich aber ich guck mal 47 Meter hä hilft die ach ja wir müssen im Labor oh oh hui ins Labor ja aber hier ist so ein blauer Pin blauer Pin blauer Pin achso das ist mein Wegpunkt ups solltest du den mal weg machen ah guck mal da wir müssen wir müssen nicht mal mit dem Auto fahren wir müssen einfach nur ums Haus rum wie ums Haus rum äh einmal so ja ja hallöchen Leute ich bin auf dem Weg ich bin auf dem Weg die ist am klackern was geht denn bei dir was geht denn bei dir was geht denn mit Monos am rumwerfen jup und das Schwert ist einfach geil guck mal hier ich hab gar nichts gemacht Kopf ab, Hand ab, Arm ab ha ha was gibt's denn heute keine Ahnung aber er liegt fehlerum der ist auch noch angezogen guck 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 boah hat der immer für einen Aufrüst macht oh nooo ja ich sag dir doch das Schwert ist geil du machst aber noch nicht so viel Schaden naaa noch nicht deswegen sag ich ja gerade noch nicht okay wir kommen hier rein hallo der sucht der findet Ah, schon wieder so eine Mission. Hi. Goyle. Der wollte unbedingt zittern. Aua! Wie kommen wir jetzt da rein? Ja, ich sehe schon. Hi. Hallöschön. Guck, guck. Ey, Alter, du darfst ruhig liegen bleiben. Waren wir hier nicht schon mal drin? Ja, ich glaube, waren wir schon mal drin. Nee, ich glaube, das war am Anfang, glaube ich. Ja, waren auch so ein ähnliches. Ja, aber hier, das kommt mir irgendwo bekannt vor. Hier war doch auch mal in so einer Halle so ein, äh, großer drin. Ja. Oh, da ist gerade ein Fuß von der Decke gefallen. Cool. Hier ist irgendwas zum Greifen. Chemikalien. Sie auch. Ja, wir brauchen, glaube ich, eins, aber... Kontrollpunkt. Okay. Jupp. Wie kommen wir jetzt mit der Scheißhebe da raus? Ich bin schon draußen. Wir müssen nur rausgekommen. Boah, toll, jetzt ist das Tor auf und ich kann nicht mal rennen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wieder zurück zu den komischen Heinen hier, oder was? Ey, man kann das Ding gar nicht abwerfen, oder sowas. Was machst du? Ah, doch. Was machst du? Hier liegen Motors rum. Ach so, brauche ich nicht. Du, 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 du. Boah, so schwer kann das Zeug nicht sein. Weiß nicht. Keine Ahnung. Wenn das der Solarmarsche geht. Ah, endlich, endlich. Schnell, lad mich rein, lad mich schnell rein, lad mich schnell rein. Was denn? Was denn? Infos. Waffen skalparieren. Arsch. Ich will auch. Okay. Braucht der ewig mal... Schocker oder... Deo-Bombe? Ich will eine Deo-Bombe. Uff, dass die Zombies gut riechen. Vielleicht. So, jetzt ist meine... Deine? Jetzt macht die auch Schock, Schock. Ah... Steht's auch Schock. So, aber ich brauche noch ein bisschen Kohle, dann kann ich es stärker machen. Heilung? Ja und jetzt, Jung? Hier, bitteschön. Was bist du? Was bist du? Ja, ist doch hier, oder? Hm. Anything useful? Wo bist du denn? Ja, hier. Ja, hier. Sag mir auch nicht viel. Ja, hier im Labor. So, ich komm hier schon. Aber der nimmt das nicht an? Hier, du Prokop. Das ist doch der Falsche. Sack. Frank. Hier sind die. Wir müssen die sein. Nein, hier der hat uns da weggeschickt. Genau der hier, der Frank. Genau der war das. Der kleine Nippel. Ah. Guck mal da. Bing. Gib mir Kohle. Kohle. Ja, du hast es geschafft. Kohle. Bauplan. Todespirscher. Supi. Bringt aber nichts. Doch. Bau und geweck. Ich will meine Waffen modifizieren. Jetzt wüsste der wieder da stehen. Boah, wenn der da steht, ich töte den. So, jetzt hab ich wieder genug Kohle. So, geweck. Gehen wir aus dem Weg. Oh, komm her. So. Modifizieren. Bauplan. Molotov. Das. Pistolenmunition. Danke. Upgraden. Wo ist mein Schwert? Da. Erstmal reparieren. So. Upgraden. So. Upgraden. Upgraden. So. Sicher. Das hab ich dir auch abgequältet. Jetzt fehlt mir noch einmal. Wie viel brauch ich denn da? Das schnitt denn da? Ja. Achso, 1138. Dann hab ich die auch voll. Na, da fehlt mir nicht mehr viel. Okay. Verfügbare Upgrades 1. Was ist das denn? Erhöht den Schaden beim Werfen. Erhöht den Schaden mit Feuerwaffen. Chance auf zurückgehalten mit geworfenen Waffen. Waffe. Ich mach aber erstmal Schaden auf Waffe. Ja, mach mal. Ich geh grad mal bisschen Kohle sammeln, dann hab ich die auch voll aufgemotzen. Dürfte ich jetzt eigentlich genug haben, glaub ich. Momental. Ne, noch nicht ganz. Sag mal, dann haben wir irgendwas zu verkaufen. Moment. Moment. Boah. Moment. Ist ausgebaut. Ist ausgebaut. Ist ausgebaut. Ist ausgebaut. So, verkaufen. So, Schwachsichel brauch ich nicht. Schweres Rohr brauch ich nicht. Mein Zauberstab, den brauch ich nicht. So. Schweres Tabletten brauchen wir keine. Kleber brauchen wir auch keine. schshztztztztztzt Diamanten brauch ich nicht. Telefon. Das ist wie ein Telefon. Keine Ahnung, aber so'n Scheiß kann er mitschleppen, weißt du? Ja. Lass wir nicht... Marken Champagner, hab ich 10 Stück. Egal, egal, egal. Reicht. Weiter. Jetzt kann ich die letzte Stufe reinknallen. Aufgraden und... Voll aufgemolzt. Das Schwert? Upgraden. Ditto. Ich muss aber noch irgendeinen Effekt da drauf machen. Hab ich schon. Elektro. Wie hast'n das gemacht? Da, du sieh. Ich hab das voll vergessen, deswegen. Geh dorthin und kannst auch modifizieren. Ach, modifizieren, da. Ja. Äh, Moment. Ich hab' hier auf Fähigkeitspunkt. So. Auch gemacht, so. Ich guck mal, was wir jetzt wieder machen. So, was haben wir denn? So, immer noch die monische Wissenschaft. Ja. Bauplanschocker. Mir fehlt Draht und Klebeband. Hast du sowas? Ich guck nach. Baupläne, nein. Ah, da. Was brauchst du? Ähm, warte, Schocker. Ich brauch' zweimal Draht und zweimal Klebeband. Draht. Oh, Klebeband hab' ich glaub' ich verkauft. Kannst du hinten kaufen? Geh schon. Bin schon auf der weg. Ich hab' Stacheldraht. Ne, da steht Draht nur. So, äh, kaufen. Zahnräder, Klammern, Armbanduhr, Fackeln. Da hat er natürlich nicht. War mir klar. Warte mal, ich geh' mal hin. Vielleicht kann ich das zurückkaufen. Ja, kann man. I need auch Strom. Ich sollte mal darauf mehr achten. So. Fackeln. Schlauch. Schlauchstabletten. Klebeband. Kleber ist das. Kein Klebeband. Äh, ich brauch' aber Klebeband und Draht. Das heißt, wenn du was findest, nicht verkaufen. Für mich aufbewahren. Warte mal, dann guck' ich mal bei mir nochmal durch. Ähm, Feuerzeug, Gas, Seife, Elektroschock. Okay, das heißt, wir müssen jetzt suchen. So, ich kann dir was geben. Was denn? So, ich lass dir grad Sachen fallen. Elektroschort. Stacheldraht geb' ich dir mal, vielleicht brauchst du das. Ich könnte's mal versuchen. Oh, ich hab' kein Klebeband. Äh, gibt's mehr. Danke. Äh. So, dann laufen wir mal dahin und dann gucken wir mal, ob das funzelt. Funzel, Funzel, Funzel. Funzel, Funzel. Funzel, Funzel. So, hier hab' ich ja alles leer gemacht. Dann gucken. Modifizieren. Äh, nein. Zählt da nicht an. Okay. Draht ist Draht. Okay, alles klar. Dann muss ich auch jetzt wieder neu sammeln. Ey, Jawa. Ich sollte mal mehr drauf achten, was ich brauche. Das wär' ne Idee. Obwohl, ich such doch eh immer alles. Warum hab' ich die Sachen zusammen und du nicht? Keine Ahnung. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? So, ich will zum Wissenschaftler. Ja, zu welchem? Ich glaub' grad dahin. Ach, zu dem da. Boah, kommen wir hier eigentlich irgendwann mal weg. Keine Ahnung. Wir machen eine Wissenschaft. Also dauert das. Ja. Die Wissenschaft schafft Wissen. Aber schafft die Wissen das Wissen um die Schaft? Ne, ob Schaft schafft, weiß ich nicht. Die haben hier jetzt Zombies drin. Ja, ich wollt' schon den Rechten hier eben abknallen. Ey, ne. Fühl da weg. Nicht, dass wir dann auch die Zombies werden. Aber wir haben noch die Ergebnisse. Okay. Ach, das. Hast du zugehört? Ich nimm mich nicht. Ja nicht. Ah, kommt da noch mehr. So. Neue Quests. Verrottetes Fleisch. Besorge die Muskelgewebeprofen Infizierter und bringe sie zum... Äh. Ja, das ist nur ein Nebenquest. Kein Hauptquest. Egal. 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 Vielleicht finde ich da mein Draht und meinen anderen Scheiß. Alles klar. Quest. Verrottetes Fleisch. Alles klar. Oh, kaum. 103 Meter. Ach, komm. Die fahr' ich. Toll. Mit der Gurke kann man hier nicht fahren. Wo ist denn das andere Auto hin? Irgendwo. Ah, hier steht kein Auto mehr. Super. Jetzt dürfen wir laufen. Wo sind die Autos? Ja. Sag dich doch gerade. Ach, da steht doch eins. Ja, genau hier. Juhu. So hab ich aber nicht geparkt, oder? Nein, du hast irgendwie davor geparkt. Ja. Okay. Och, schon wieder in die Richtung. Zu den ganzen Weißen. Ja, zu den anderen Labormenschen. Ja. Aua. Aua. Was ist denn da bei dir kaputt gegangen? Äh, Feuerzeug konnte gefallen. Okay. Okay. Oh. Falsche Richtung. Ei, Leute. Batsch. Mach ruhig weiter. Gibt mir schöne Erfahrungspunkte. In der kurzen Zeit bin ich schon wieder zwei Level gestiegen. Ei, Leute. Batsch. Watsch. Batsch. da sind noch zwei rotköpfe da drin ob das so eine gute idee ist ja da rein zu gehen ich weiß ja ich bin schon drin okay aber ich sehe keinen anderen außer den einen den ich hier plattgemacht habe ehrlich ich glaube ich habe ihn gefunden nee du solltest einfach nur eine gewebe probe nehmen das heißt angucken x drücken ach da hat sich eine toilette versteckt ja trotzdem den anderen hättest du nur angucken müssen x drücken dann mission fertig auch eine gewebe probe und ich gehe baden ich hab die tüte zugemacht ich hab's gesehen eingeschlossen die hätten wir auch reingekonnt okay tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö schwimmen? Ähm, Ladies first. Wo willst du hin? Ich gucke, was da unten... Ah, da ist so ein großer... Windrichtung angepasst und... Ja, nicht die. Ja, den dicken sehe ich auch, aber da kann ich nichts hinwerfen, weil er genau unter der Leiter ist. Der kommt jetzt auch. Äh, ne, ich bin weg. Ich bin sowas von weg. Der Dick ist aber alleine. Ja, ich bin trotzdem weg. Ich kann nicht mehr hoch. Scheiße! Oh. Was ist der denn? Ach, der läuft die Treppen hoch. Ja, der kommt jetzt zu dir. Nee. Er zu dir. Kommst du da irgendwie weg oder kann ich losfahren? Ich weiß nicht, ob ich so irgendwie wegkomme. Okay, tschüss. Der Typ ist stehen geblieben, ganz ruhig, komm. Ja, ich bin hier im Auto und warte. Ich warte schon am Rückweg. Ich bin am Rückweg. Nein, ich sterbe. Und tschüss. Ich bin nicht, ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Ich habe nur dein gelben Punkt fallen sehen. Da kommt jetzt hier runter, dann kann ich da ablenken, dann komm ich hoch. Aber hier ist so ein Labor. Hier ist so ein Labor. Ja, da ist man sicherlich auch noch hin. Au, okay. Der hat einen Schlag gegeben, bei Stuhl. Ich weiß ja nicht, ob ich dich abholen kann. Ich bin doch schon, äh, bin ich, ich muss nach oben, ich muss schnell nach oben. Ne, ich komme hier nicht weg mit dem Auto. So, ich komme schon. Gut, gut. Wir gehen wieder getrennte Wege. Wollt ihr doch noch ein bisschen die Aussicht angucken? Ja, ja. Aber lasst ich die Mauer dann nicht mehr hochkommen, dann kann ich auch nichts dafür. Ja, ja, das sagt man dann so. Wo bist du denn? So. Ich bin, äh, am Ziel und gebe jetzt die Gewebeproben ab. Ach so. Weil du ja wieder rumeiern musst. Ja, ist doch noch ein bisschen geeiert. Mit deinen Eierstöcken. Äh, da lang. Ich komme schon. Mhm. Ja, guck. Wow. Wow. Ne Magnum. Ne Magnum? Mag, mag? Ja, Magnum Eis mit Nusscreme. Ich will, ich will auch Eis. Ich will auch Eis. Ich will auch Eis. Ich will auch Eis. Hm. Will auch Eis? Für alle, die es gecheckt haben. Nein. Nein. Ich guck den Driss nicht. Ähm. Ich will auch Eis. Äh, auch Eis. Ich muss die zu dem mit der Brille gehen. Der hat Magnum Eis mit Nusscreme. Der, der. Nein. Nein. Hier, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Eiscreme. Hier. Eiscreme. Eiscreme. Da. Der, der, der. Eiscreme. Achtung, Türrahm. Der, der. Gut. Habe, 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 habe. Danke. Jetzt kannst du sterben. Ja. Ähm. So, dann lass mal den nächsten Auftrag machen. Ja, das war ja wieder mal eine schöne Nebenmission. Einfach irgendwo hin. Nadel in den Arsch. Äh, wir müssen hier hin. Der Dr. West. Okay, ich sammle gerade wieder Energie, weil ich bin irgendwie komplett leer. Geht nicht, ich muss auf einen anderen Spieler warten. Ja, 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 ich komme hier schon. Ich bin hier schon, Torbex. Hier bin ich. Fuck you. You a dead bitch now.